Ja, das alte Jahr ist schon wieder vorbei. Wir haben uns schon daran gewöhnt, 2017 zu schreiben. Es sind jetzt schon wieder fast zwei Wochen im neuen Jahr. Wir haben gleich von Anfang an Gas gegeben, mussten gleich von Anfang an ran, aber natürlich mit Freude. Na gut, am Anfang muss ich zugeben, da bin ich immer ein bisschen traurig an so einem neuen Jahr. Da denke ich immer, meine Güte, jetzt hast du Gas gegeben oder wir alle gemeinsam haben letztes Jahr so viel Gas gegeben. Und dann steht alles wieder auf Null, man fängt von vorne an. Aber jetzt sind wir wieder drinnen und freuen uns eigentlich auch schon auf die neuen Projekte. Letztes Jahr hatten wir ganz viele tolle Projekte, das macht immer Spaß, mit Kunden zusammen Dinge zu erarbeiten. Und heute wird zum Beispiel so eine Sache fertig, die wir letztes Jahr angefangen haben auszutüfteln. Und da sind wir ganz schön stolz drauf. Wir haben letztes Jahr zusammengesessen mit der MER in Rotenburg und haben darüber nachgedacht, eine Fotobox zu mieten für Veranstaltungen. Aber wir dachten uns, das können wir auch selber. Wir haben Jonas bei uns im Team und er ist ja ein Fuchs und der kann sowas selber. Guckt's euch an. Gucke. Musik Musik Не Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.